Hallo und herzlich willkommen bei Häkeln mit Vollduser. In dem heutigen Video geht es darum, dass ich euch zeige, wie ihr euch selbst hier super coole Weihnachtsohrringe als Zuckerstange ganz leicht nachhäkeln könnt. Alles was ihr braucht, um euch diese weihnachtlichen Ohrringe hier also herzustellen, ist Filetgarn, einmal in weiß und in rot. Wir häkeln das Ganze mit einer Nadelstärke mit einem Millimeter. Ihr braucht im weiteren halt natürlich noch ein Stück Draht. Ich verwende hier immer so ein Aluminiumdraht und wir brauchen natürlich hier noch diese Ohr, diese Haken und ein kleines Verbindungsstück dazu. Meine ganzen Materialien mache ich euch alles unten in die Infobox, was ich verwende und da könnt ihr gerne mal nachschauen. Es gab gestern schon ein Video mit einer größeren Variante, ich zeige es euch mal hier. Das ist die große Variante der Zuckerstange. Wir häkeln das Ganze in diesem Tapestri-Stil halt. Das bedeutet, wir schneiden nach jedem Farbwechsel hier nicht die Farbe ab, sondern ziehen uns das alles mit. Also wir häkeln kontinuierlich die ganze Zeit mit zwei Farben, nur wechseln wir immer halt die Garnfarbe. Wie ihr das ganz genau macht, das erkläre ich euch in diesem Video von gestern, wo ich diese große Zuckerstange hier gehäkelt habe. Das Video verlinke ich euch. Ich versuche es hier oben ins Bildbuch zu bekommen, aber ich werde es euch unten auch in die Infobox verlinken. Da könnt ihr euch das ganz genau anschauen, wie ich das halt häkel. Da sieht man das auch ein bisschen besser. So, diese Zuckerstange habe ich halt so ausprobiert als O-Ringe. Das hatte ich auch in diesem vorigen Video erzählt, dass ich das unbedingt halt ausprobieren möchte. Aber ich musste, um diese Größe zu erreichen, die Anleitung etwas anpassen. So, wir beginnen jetzt hier mit, für diese O-Ringe, mit unserem roten Garn und setzen uns jetzt einen Fadenring und häkeln in diesen sechs feste Maschen hinein. So, habt ihr diese sechs festen Maschen gehäkelt, zieht ihr euch jetzt den Fadenring zu. So, es geht jetzt weiter in der nächsten Runde, wieder mit sechs festen Maschen. Das heißt jetzt, wir häkeln in jede Masche einfach eine feste Masche hinein. Wenn ihr das geschafft habt, zieht ihr jetzt diesen Fadenring hier, diesen Anfangsfaden, den zieht ihr euch jetzt gut stramm und kürzt euch diesen. So, jetzt stülpen wir dieses Stück halt um. Es ist alles ein bisschen eng und knüffelig. Also diese Ohrringe brauchen schon ein bisschen Geduld. Jetzt haben wir das hier umgestülpt und dass ich es euch kurz weiter erkläre. Wir machen jetzt unseren ersten Farbwechsel. Also wie gesagt, wie diese ganzen Farbwechsel hier funktionieren, das habe ich euch ja in dem anderen Video schon erklärt, dass wir einfach immer nur diesen Faden, ne, von dem vorherigen, der vorherigen Farbe einfach mitlaufen lassen. Wir umhäkeln den einfach mit, ne. Wir wechseln jetzt zu weiß. Ich erkläre euch das jetzt, dass ich denke, das ist dann einfacher und das ist ein bisschen klarer. Wir häkeln jetzt für diese Ohrringe. Wir haben jetzt angefangen mit einem Fadenring mit sechs festen Maschen. Es ist jetzt eine Runde gefolgt mit sechs festen Maschen, ja. Wir machen jetzt einen Farbwechsel zu weiß und häkeln zwölf feste Maschen. Also hier bei diesen Ohrringen macht ihr immer pro Farbstückchen hier ist das immer zwölf feste Maschen. Also zwölf feste Maschen in weiß, Farbwechsel zu rot, mit rot wieder zwölf feste Maschen, ja. Mit weiß, mit rot. Und so machen wir das jetzt hier kontinuierlich, bis ihr von diesem weißen insgesamt viermal das Ganze habt. Und von dem roten fünfmal. Ich mache das jetzt mal alles weiter und dann sehen wir uns gleich. Ich habe das Ganze jetzt mal hier weitergearbeitet. Also es ist genau das gleiche Prinzip wie bei der großen Zuckerstange, ne, aus dem letzten Video. So, nun habe ich jetzt hier bei diesem letzten roten Block quasi diesen weißen Faden nur noch eine Runde lang mitgezogen, ne. Also nur sechs feste Maschen, also diesen weißen Faden sechs festen Maschen mit dem roten eingezogen, so. Und noch weitere einfache sechs feste Maschen mit rot weiter gehäkelt, ja. Dann gibt es hier oben einen schöneren Abschluss. Weil bei dieser Variante mit den Ohrringen machen wir keine Abnahmen, sondern wir stechen jetzt einfach in diese nächste Masche hier ein und ziehen uns einfach eine Kettmasche, ne. Den Faden habe ich ja gerade abgeschnitten und dann ziehen wir uns das einfach so durch, ne. Ja, das war es dann schon hier. Jetzt holen wir uns unseren Draht. Also ich verwende jetzt auch hier bei dieser Version wieder diesen Aluminiumdraht halt. Ihr haltet euch das an euer Häkelstück dran, wie lang das ungefähr ist. Dann lasst ihr das ein kleines Stückchen länger, also nicht viel, nur ganz, ganz kleines bisschen. So, sieht man das? Ja. Ganz kleines bisschen länger ist das Ganze jetzt. Und das biegen wir uns jetzt noch in Form. So, ich gehe jetzt immer hin, dass ich hier diese Enden, ne, die drehen wir uns gerade so ein bisschen um und drücken uns das Ganze dann hier zu. So, das machen wir einmal hier und einmal auf der anderen Seite. So, und dann stößt uns hier kein Draht durch unser Häkelstück und man kann sich nicht verletzen. So, einmal hier noch, alles gut fest zusammendrücken. So, jawohl. Und jetzt schieben wir dieses Drahtstück hier in unser Häkelstück ein. Das ist ein bisschen knüfflig, aber das geht ganz gut. So, ein bisschen schieben und drücken, dann klappt das. So, nur wenn das hier ein bisschen hängt, könnt ihr euch mit der Schere ein bisschen helfen, macht das ein bisschen weiter. So, jetzt ist es drin. Jetzt holen wir uns unsere Nadel, so, fädeln das hier ein und schließen jetzt diese Öffnung. Und das machen wir, indem wir immer hier einmal außenrum, immer durch das vordere Maschenkleid mit der Nadel einmal den Faden rundherum durchschweben. So, dann ziehen wir einmal kräftig an diesem Faden und dann ist schon diese Öffnung auch zu. Dann könnt ihr hier in die Mitte noch einmal mit der Nadel einstechen, kommt dann irgendwo beliebig wieder raus. Einmal durchziehen, so, und dann ist das perfekt verschlossen hier unten. Und dann könnt ihr euch hier diesen Restfaden abschneiden und dann haben wir auch schon die Zuckerstange soweit fertig. Jetzt holt ihr euch am besten die Häkelnadel und bringt das Ganze einmal hier in Form. So rumklappen, die Nadel, das klappt eigentlich am besten, muss ich sagen. So, perfekt, ist die erste Zuckerstange schon fertig. Ich mache halt jetzt noch auch noch ein paar Ohrringe draus. Da geht ihr einfach mit der Zange hin und knipst euch gerade diese Stecker hier oben dran. Ich denke, das ist ganz klar, wie man das macht. Das muss ich jetzt nicht extra noch zeigen. So, wo ich halt diese ganze Materialien her habe, das mache ich euch alles, wie gesagt, unten in diese Infobox rein. Das war jetzt auch heute nur ein kleines kurzes Video, wo ich euch halt sagen wollte, was genau ich jetzt an dieser Anleitung von der vorherigen Zuckerstange abgeändert habe. Dass das hier wirklich ein paar schöne kleine Ohrringe werden. So, ja, also wie gesagt, hier hatten wir das von gestern und hier ist diese abgeänderte Version. Ich weiß nicht, was heute los ist. Da haben wir hier immer mit zwölf festen Maschen gearbeitet, pro Farbe. Das war es schon. Haben keine Ab- und Zunahmen und haben hier das Ganze nachher mit der Nadel einfach verschlossen, indem wir das vernäht haben. Ja, das war heute ein chaotisches Video. Keine Ahnung, ne? Muss vielleicht auch mal ab und zu sein. Ja, es war sehr chaotisch heute. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem was damit anfangen. Ja, schickt mir gerne Bilder auf Instagram. Verlinkt mich dort gerne. Ja, und ja. Ich freue mich auf jeden Fall schon aufs nächste Mal. Bis bald. Tschüss.